Kann man einen vorab kalibrierten Projektor vor Ort noch perfektionieren? Das sehen wir heute. Hallo und herzlich willkommen bei Heimkino LaserTV. Mein Name ist Sebastian Bieger von der Firma Raum mit Funktion aus Wiesbaden bzw. Frankfurt. Der eine oder andere wird das Kino vielleicht gerade so ein bisschen erkennen aus einer der letzten Videos, die wir gemacht haben. Und wir haben heute die Situation, dass der Kunde hier ein bisschen mehr perfektionieren wollte, was das Bild angeht. Dazu brauchen wir ja den passenden Partner und dafür haben wir uns den Eggy Schmidt eingeladen. Hallöchen. So Eggy, dann erzähl mal, was wir hier heute so gemacht haben. Ja, also die Ausgangsbasis ist, wir haben ja einen Sony VW 590 im Einsatz. Und dieser Sony VW 590, der ist auch schon HDR, mit HDR-Tuning versehen. Das bedeutet, der hat einen speziellen optischen Glasfilter. Das sehen wir da auf dem Objektiv. Und dieser Farbfilter, der hat zur Funktion, dass der Kontrast komplett ausgereist wird bei der richtigen Farbtemperatur und damit der Schwarzwert optimiert wird. Der Schwarzwert wiederum, das hilft bei HDR-Anhalten, um den Kontrast zu maximieren. Und ja, so wie ich das mitbekommen habe, hat das auch alles sehr gut funktioniert. Aber der Kunde, der wollte ja eigentlich für die Gewissheit nochmal wissen, kann man da noch ein bisschen mehr optimieren. Richtig. Und da ist ja durchaus schon noch Potenzial. Denn, klar, so ein Gerät, das wird dann vorab kalibriert. Das heißt, die native Farbtemperatur wird eingestellt. Dann wird der passende Farbfilter gesucht. Dann wird das aufeinander abgestimmt und auf die Videonormen eingestellt. Soweit das bei dem Projektor möglich ist, auf die SDR-Norm natürlich 100%. Bei der HDR-DCI-Kino-P3-Norm nicht ganz 100%, weil der Farbraum vom Sony ja etwas abweicht von dem Kino-Farbraum. Das heißt, das Gerät wird, wenn es neu ist, ausgepackt und kalibriert. Kalibriert bedeutet, dass er eigentlich farblich neutral arbeitet und das Bild auch in sich stimmig ist. Das sind die Sachen, die man objektiv erreichen kann. Nur dann geht das Gerät ja zum Kunden. Und der Kunde, da gibt es dann ein paar Faktoren, die variieren können. Das ist einerseits die Bildgröße, natürlich der Typ der Leinwand. Und das ist dann diese sogenannte Kette. Und da ist es auch recht spannend gewesen, ob man nochmal optimieren kann, in welchem Bereich man noch optimieren kann. Und wo man vielleicht nicht so viel optimieren kann, gegenüber einem objektiv kalibrierten Gerät aus dem Karton sozusagen. Genau. Und falls die Leute sich nicht erinnern können, was für eine Leinwand hier drin war. Hier oben müsste das sein, ist nochmal ein Link zu dem Video. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Aber es ist eine Black Horizon mit Akustiktuch. Und da kann man natürlich nochmal vorab schauen, ob das nochmal einen Unterschied macht. Und das hat es ja auch. Genau. Es ist also eine Kontrastleinwand, die in einem Raum platziert ist, der ohnehin schon etwas dunkel ist. Also relativ wenig Streulicht erzeugt. Gleichzeitig ist das Bild auch sehr groß. Er hat eine Bildbreite von drei Metern. Und das heißt, der Projektor muss eine große Fläche ausleuchten, die auch noch vom Tuch her, von dem Leinwandtuch her, eher Licht vermindert. Und da muss man natürlich sehen, dass man dann in gewissen Bereichen bleibt, die gerade bei HDR-Inhalten immer noch ansprechend sind und die Kompromisse richtig gewichtet. Und eins muss man auch sagen, wenn ein Projektor HDR-Material darstellt, ist es immer irgendwo auch ein Kompromiss. Denn er hat nicht die Helligkeit wie ein Fernseher. Er hat nicht den Schwarzwert wie ein Fernseher. Er hat nicht den Inbildkontrast wie ein Fernseher. HDR ist eigentlich ein Standard, der mehr für Fernseher tatsächlich gemacht ist als für Beamer. Und solche Einflüsse können dann natürlich auch noch ein entscheidender Faktor sein bei der Bildqualität. Wie groß ist die Leinwand, wie viel Gain hat sie und so weiter. Und natürlich, da wir es ja auch mit, wie ich schon gesagt habe, mit einer Gewichtung zu tun haben, dann ist natürlich auch noch entscheidend, wie empfindet das der Kunde. Denn auch da sind die Empfindungen anders. Manche mögen ja ein sehr strahlendes Bild, andere möchten einen perfekten Schwarzwert. Die Geschmäcker sind da unterschiedlich. Und dann ist es natürlich auch spannend, wie weit kann man eben vor Ort noch da im Hinblick auf den Kunden optimieren, dass es ihm auch das Bild noch am besten gefällt. Genau. Das war hier auch so ein bisschen ein Thema von wegen, auch manche Filme haben nicht so gut ausgesehen wie andere. Da muss man dann halt auch ein bisschen aufklären, dass auch mit den Filmen so ein bisschen der Unterschied drin ist. Genau, da sind wir beim nächsten Faktor. Ein Film kann natürlich auch, das Bild kann nur so gut sein wie das Ausgangsmaterial. Es gibt Filme, die sind hervorragend gemastert oder auch etwas mehr auf Effekt gemastert. Andere sind schwieriger gemastert. Manchmal ist auch das Bildmaterial einfach unterschiedlich schwierig. Manche Filme sind kontraststärker. Und auch das sind natürlich interessante Faktoren, die hier mit rein spielen. Deshalb war das für mich auch mal sehr spannend, mal mitzukommen und zusammen mit dem Kunden das einfach mal auszuarbeiten, was man noch perfektionieren kann. Und was ist genau so ein bisschen jetzt dabei herausgekommen aus dem ganzen Test? Ja, also im ersten Schritt haben wir einen Projekt angemacht und ich habe den Kunden gebeten, dass er einfach so Material zeigt und mir zeigt, womit er zufrieden ist und wo er eventuell sich noch etwas Verbesserungspotenzial erhofft. Dann haben wir den ersten HDR-Film reingetan mit einer relativ dunklen Szene. Und dann kam heraus, dass die Durchzeichnung schon da war. Also das Bild ist nicht irgendwie abgesoffen. Aber der Kunde, der hatte dort finden, dass es vielleicht noch ein bisschen plastischer sein könnte. Und das kann ich auch verstehen, denn wie ich schon gesagt habe, die Bildbreite war drei Meter, relativer Lichtverlust durch die Leinwand. Und dann bin ich erstmal durch die Menüs gegangen, habe gesehen, dass der Projektor an sich schon sehr gut in seiner Grundeinstellung und Kalibrierung war. Er war ja schon auf die Norm kalibriert. Aber da fiel mir das Erste auf, er war im Eco-Modus. Eco-Modus ist gut für den Schwarzwert, aber eben auch bei der Durchzeichnung weniger Licht. Unser Auge ist dann auch untenrum etwas unempfindlicher, leidet die Durchzeichnung. Also, erster Schritt, die Lampenhelligkeit. Da war schon mal so ein kleiner Erfolg. Dann geht es um den Kontrast-Inhanza. Wir wissen, Sony hat eine dynamische HDR-Anpassung. Die arbeitet auch recht gut, aber sie hat auch ihre Schwächen. Sie möchte das Bild etwas heller machen, die kann man ja in drei Stufen einstellen. Und kontrastreicher, aber sie hat auch den Nachteil, dass sie gerade in kontraststarken Szenen, weil sie den Kontrast erhöht, auch unten die Durchzeichnung etwas verschlechtert. Dieser Kontrast-Inhanza, der stand auf hoch. Das steht oft auf hoch, weil es auf den ersten Blick richtig schön viel Punch gibt. Aber wenn man dann viel guckt und eben auch dunkle Szenen, dann sieht man eben auch die Nebenwirkungen. Also, eine Besonderheit bei dem Sony ist, wenn man diesen Kontrast-Inhanza dann verringert, also auf Mittel, dann holt er zwar nicht mehr diesen extremen Punch raus, aber die Durchzeichnung wird tatsächlich etwas besser. Tatsächlich ist das Mittel-Setting da vielleicht die natürlichere Variante. Hat aber wieder den Nachteil, dass die Helligkeit absinkt. Nun hat der Kunde ja vorher schon im Eco-Modus geguckt. Das heißt, wir haben schon etwas Helligkeit dadurch kompensiert, dass wir den auf hoch gestellt haben. Und wir haben dann natürlich, um das noch weiter zu kompensieren, den Clipping, also den maximalen Kontrast-Regler angepasst, die HDR-Clipping-Regler. Dadurch konnten wir nochmal Helligkeit holen und haben also sozusagen Helligkeit gewonnen und die Durchzeichnung verbessert. Und das Bild auch nicht mehr so angespitzt wirken lassen, sondern es wirkt dann einfach noch etwas homogener. Das hat dem Kunden tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und das sind alles Faktoren, die eben vor Ort besser einbezogen werden können. Was möchte der Kunde für eine Helligkeit, was für eine Leinwand ist im Einsatz und so weiter. Hat eigentlich objektiv mit der Kalibrierung so direkt nicht zu tun, sondern wie man die Möglichkeiten des Sonys einsetzt. Das sind halt so Erfahrungswerte, die du über die letzten paar Jährchen, die du schon das machst, hast, im Gegensatz zu uns. Genau, gerade mit den Sonys habe ich mich da sehr viel beschäftigt. Dann war natürlich noch ein letzter Punkt, wie akkurat sind die Farben? Und das haben wir natürlich nochmal messtechnisch erfasst. Wir haben die Farbtemperatur überprüft mit dem Filter, der war ja schon ab Werk eingestellt. Man muss jetzt dazu sagen, der Projektor hat inzwischen auch knapp 600 Stunden schon auf der Uhr. Und das ist ja ein Lampengerät, da wird ja immer viel diskutiert, wie weit driftet die Lampe. Und die Abweichungen waren tatsächlich verblüffend gering. Ja, ja, wir hatten 5 bis 6 Prozent Abweichungen. Wir hatten also ungefähr 5 Prozent zu viel Rot und 5, 6 Prozent zu wenig Blau. Also tatsächlich noch in einem Rahmen, der durchaus tolerabel ist. Das haben wir nochmal korrigiert. Und da zeigt sich auch, wenn die Leinwand sehr farbneutral ist, das ist ja ein VNX, dann hat man keine riesen Abweichungen. Auch die Lampe, nach 600 Stunden noch keine. Aber wir konnten das nochmal ein bisschen perfektionieren. Das haben wir dann auch mit dem Farbraum gemacht. Und so waren wir dann auch sicher, dass der Projektor farbtechnisch absolut neutral ist. Und im Ergebnis war der Kunde dann durchaus doch zufrieden. Die Farben nochmal nachkorrigiert, ein Tick besser, noch was heller, die Durchzeichnung noch was besser. Insofern könnte ich das Projekt vor Ort, Optimierung durchaus als Erfolg werten. Ich kann es bestätigen, weil der Kunde sitzt auf der anderen Seite und nickt die ganze Zeit fleißig. Also von daher stimmt das alles anscheinend, was er erzählt hat. Danke. Nee, also das Ergebnis lässt sich wirklich sehen. Und wenn ihr sowas haben wollt, sprecht den Händler vor Ort an, geht auf die Webseite heimkino-laser.tv. Da findet ihr die Kollegen von uns. Wir sind in ganz Deutschland verteilt. Also irgendeiner ist immer irgendwo in der Nähe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank, Ecki, für die ganze Arbeit. Sieht toll aus. Ja, mir hat viel Spaß gemacht. Freut mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.